Servus liebe DIVINITUS TV Zuseher, wir machen jetzt ein DIVINITUS 16 Bars Exclusive für die Newcomer bzw. jeder der was Neues vorstellen will, schickt uns einen 16er, so wie der junge Mann, jetzt dann, schaut euch das einfach auch am besten, 16 Bars ist nicht viel, kann jeder zusammenschreiben, schickt einfach einen nex.divinitus.at eine E-Mail, am besten eine MP4 Datei und ja, dann könnt ihr schon losgehen. Machen wir was Neues einmal, oder? Also Neues gibt es aber eh schon, aber DIVINITUS zieht mit, weißt du, ist ja nicht so. Auf jeden Fall, der heutige Rapper, was ich mir das erste Mal vorstehe, ist aus dem Bezirk Wiener Neustadt, ist 23 Jahre alt und heißt El Milo, ja, schaut euch den Jungen an, so wie er es gemacht hat, so schickt es euch bitte auch und ja, ich rede jetzt nicht mehr mehr, wir schauen es sich jetzt an, haut rein. Gehen mir das, deine Frau, wir sagen jetzt nicht mehr, ich bedau dir, ne geht es euch, ich denke, um sich das zu lassen, egal, wenn du dich schickt, wenn du dich schickt, ist, dass du dich texte hört, ja, ich verstehe, dass du dich ist, ne, nicht bloßt. Du verstehst du mich, ich spreche Slovakiisch? Ungarisch? Ich weiß nicht, du bist sondern deutschlandisch, ich sage ich, ja, ich sage zu Spanisch, man gibt es keinen Da da vom Fechnsteinstuhm, Leida Klanix To je teraz najlepší, a koho teraz sprániš Stretavam potkady normálnych, ale aj kokotov Teraz by som povedal, tak ich žiru bez bohom Nerozprávaj na ulicu, keď sa nevieš brániť Nemaj veľké krusty, lebo všechno môže vrátit Ty nerozprávaj sa môjim chrbdom Ote mi topi, že to robia opi, že ty vieš, ako my ste Slovakia, baby, come on, come on, come on Draco svoje pijepane, ta to hudba ide do môjci